Vielen Dank für die Einladung nach Passau. Ich war schon, glaube ich, sehr lange nicht mehr hier. Irgendwann mal vor 30 Jahren oder so. Aber es ist sehr schön. Ich bin heute rumgelaufen, wenigstens hatte ich nur eine Stunde zum Rumlaufen und es hat mir sehr gut gefallen. Ja, und wir wollen heute ein schwieriges Thema besprechen, was eigentlich gar nicht so schwierig ist, aber was scheinbar schwierig scheint in der Öffentlichkeit und leider immer noch vollkommen ungelöst ist, nämlich die Euro-Frage. Inzwischen gibt es ja viele andere Probleme, die sich in den Vordergrund drängen, der Terrorismus vom letzten Wochenende und die Flüchtlingsfrage natürlich. Aber man sollte die Euro-Krise nicht unterschätzen, sie kommt nämlich immer wieder. Wir haben das ja gesehen, man hat 2010, 2011 geglaubt, man hat das Problem Griechenland erledigt und drei Jahre später war es wieder da. Und das liegt daran, dass die Krise nie gelöst worden ist. Und warum ist die Krise nie gelöst worden? Nun, weil es so unangenehm ist, sie zu lösen, sage ich mal. Es ist nicht so einfach, zunächst muss man eine klare Diagnose haben, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und dann muss man auch manchmal über seinen eigenen Schatten springen, wenn man ein Problem lösen will. Und wenn Menschen etwas schlecht können, dann ist es über den eigenen Schatten springen. Das ist das Allerschwerste. Sie können vieles, sie können andere schnell für irgendwas schuldig erklären. Aber über den eigenen Schatten springen und mal herausfinden, dass man vielleicht selbst etwas falsch gemacht hat, das ist unglaublich schwer. Aber darum geht es und das will ich versuchen, ein bisschen zu erklären heute Abend. Nun, ich habe das jetzt mal genannt, ein bisschen in Abwandlung des Titels, was wir der Veranstaltung gegeben haben, die unendliche Geschichte ist aber das Gleiche, warum wir es nicht lösen können oder die unendliche Geschichte ist alles das Gleiche. Der Punkt ist, dass wir jetzt schon in Europa, ich zeige mal ein paar Grafiken, die jetzt nur andeuten sollen, worum es geht. Nun, wir sind seit ein paar Jahren in Europa in der Situation, wo sich wirtschaftlich praktisch nichts mehr tut. Das ist die Industrieproduktion in der europäischen Währungsunion, die schwarze Linie. Und man sieht, es bewegt sich praktisch nichts. Wir stagnieren seit 2011 oder gehen sogar zurück seit 2011. Und das muss man gerade den jungen Leuten hier sagen, das ist eine völlig ungewöhnliche Situation. Es ist nicht normal, dass eine Wirtschaft nach einer schweren Krise, man sieht, dass 2008, 2009 war eine Finanzkrise, dass nach einer solchen Krise es einen ganz kurzen Aufschwung gibt, so ein ganz klein bisschen und dann bricht das alles wieder weg. Und dann ist vier Jahre Stagnation. Das ist absolut außergewöhnlich. Das ist zum ersten Mal, das es passiert nach dem Zweiten Weltkrieg in einem so großen Wirtschaftsraum wie Europa. Auch in Deutschland hat es das so nie gegeben. Auch Deutschland sieht man ja, ist auch nicht toll, im Gegensatz zu dem, was praktisch jeden Tag in den Zeitungen steht. Auch Deutschland stagniert weitgehend bei der Industrie, aber auch im Bau, werde ich gleich noch zeigen. Und da muss man doch fragen, was passiert da? Und nun, die Frage wird aber nicht ernsthaft diskutiert. Ich war am letzten Wochenende in Italien. Und man sieht ja hier, Italien ist eine absolute Katastrophe. Italien hat Rezessionen seit 2011. Es geht praktisch dauernd runter. Und in Italien braut sich eine ganz fürchterliche politische Debatte an, zusammen. Dort redet man nämlich jetzt ganz explizit und ganz laut über den Austritt aus dem Euro. Weil in Italien inzwischen viele glauben, dass der Euro schuld ist, sozusagen, an all dem, was da passiert. Und so ganz falsch ist es nicht. Aber es ist wichtig, genau zu sehen, was falsch gelaufen ist. War es der Euro oder was war es eigentlich, was da schief gelaufen ist? Denn wenn es jetzt so pauschale Schuldzuweisungen gibt in Italien, sagt man, es ist ganz einfach, der Euro ist schuld und die Deutschen sind schuld. Ganz einfach. Aber wenn es solche pauschalen Schuldzuweisungen gibt, das ist immer politisch sehr gefährlich, weil das am Ende dann dazu führt, dass die Länder mit Gewalt auseinander gehen. Und dann bleibt es vielleicht nicht bei der Gewalt des Auseinandergehens, sondern manchmal geht es dann auch mit Gewalt gegeneinander. Und insofern ist die Situation in der Tat extrem gefährlich. Schaut man Südeuropa an, ist es nicht besser geworden. Alle reden ja darüber, dass es in Spanien einen Aufschung gibt. Man sieht ihn ja hier. Wenn man genau hinguckt, muss man die Lupe nehmen, dann sieht man den auch schon. In Spanien. Ja, es gibt unendlich viel Propaganda. Sie müssen immer bedenken, das, was in Zeitungen steht oder was die Medien berichten, ist nicht die reine Wahrheit, sondern es ist immer ganz viel Propaganda dabei. Die haben auch bestimmte Vorstellungen, die sie verbreiten. Sie haben bestimmte Interessengruppen, die dahinter stehen. Insofern ist es nicht die reine Wahrheit. Und wenn man sich die Zahlen genau anschaut, so wie wir das tun bei Flasburg Economics, dann sieht man eben, dass die Dinge manchmal ganz anders aussehen. Wir können auch die Bauproduktion anschauen in ganz Europa. Wieder sieht man, die schwarze Linie ist eine absolute Katastrophe. Es passiert im Grunde nichts. Ja, und warum passiert nichts? Wo wird auch so viel tun, oder? Es strengt sich nicht die Bundesregierung ganz massiv an, etwas zu bewegen in diesem Europa, etwas voranzubringen. Sie sagt doch den anderen Ländern, sie müssen sich reformieren. Und wenn sie sich nur genügend reformieren, dann wird es schon alles gut werden, oder? Ja, aber es funktioniert irgendwie nicht. Schaut man sich die Arbeitslosigkeit an in Europa, dann ist die Katastrophe noch viel klarer. Und vergleicht man sie international. Hier mit den USA. Ich zeige gleich noch ein Bildvergleich Europa-USA. Aber in den USA haben wir auch historisch gesehen einen extrem schwachen Aufschwung. Eine extrem schwache Aufwärtsentwicklung. Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit ziemlich dramatisch gesunken im Vergleich zu Europa. In Europa ist sie gestiegen. Nach der Rezession von 2008, 2009 ist die Arbeitslosigkeit nochmal gestiegen. Und jetzt zum Schluss sinkt sie ein klein bisschen. Aber nicht, weil es irgendwie besser laufen würde, sondern weil viele Leute sich einfach nicht mehr arbeitslos melden. Denn wenn ich keine Belebung bei der Aktivität habe, bei der wirtschaftlichen Aktivität habe, dann werden die Leute mit der Zeit entmutigt. Sie kriegen auch dann kein Arbeitslosengeld mehr in vielen Ländern. Und dann gehen sie einfach nicht mehr zum Arbeitsamt. Das ist der einfache Effekt, warum am Schluss diese Arbeitslosigkeit ein bisschen sinkt. Mit wirtschaftlichem Erfolg hat das nichts zu tun. Aber machen wir uns nichts vor, und das muss ich gerade den jungen Leuten hier nochmal sagen, das ist eine Katastrophe, die viele Jahre in die Zukunft dauern wird. Wenn eine solche Region wie Europa sich als unfähig erweist, die Arbeitslosigkeit unmittelbar nach einem Abschwung abzubauen, dann verschiebt sie ein Problem in die Zukunft, was in der Zukunft aber vielleicht gar nicht mehr gelöst werden kann. Wenn wir nicht dauernd Arbeitsplätze anbieten für die Leute, die Arbeit suchen, und das sind eben viele in Europa, unheimlich viele, über 20 Millionen, dann wird sozusagen das Kapital, das in diesen Leuten steckt, die Ideen, die in diesen Leuten stecken, die werden alle entwertet. Wer arbeitslos ist, kann nichts beitragen zum gesellschaftlichen Erfolg. Und diese Leute, das muss man denken, wenn sie schon mit 20 Jahren keine Arbeit finden und bis 30 Jahre arbeitslos sind, die werden auch wahrscheinlich nie mehr in ganz normaler Weise integriert in das Arbeitsleben. Und da passiert schnell das, was man dann eine Lost Generation nennt oder eine Lost Decade oder so. Und da scheint unseren Politikern aber überhaupt nicht bewusst zu sein. Scheint unseren Politikern, sie haben kein Bewusstsein dafür. Wenn man sie anschaut, wiederum im Vergleich USA-Europa, wenn man sie anschaut, wie intensiv in den USA diskutiert wird diese Frage, dass in den USA die Arbeitslosigkeit zu langsam zurückgeht, um was wird in Europa diskutiert? In den USA geht sie zu langsam zurück, sagen die amerikanischen Politiker. Und in Europa? Das ist ungeheuerlich. Und das muss man immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil man kriegt das ja gar nicht mit. Das kann man ja nicht so wissen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass hier eine Katastrophe passiert. Sondern viele sagen nur, ja, es ist halt immer schon so gewesen. Nein, es war noch nie so. Es war noch nie so, wie es jetzt ist. Nie so schlecht. Und das sieht man auch am Wirtschaftswachstum, am Bruttoinlandsprodukt. Wenn ich das Bruttoinlandsprodukt betrachte, vergleiche ich der USA. Auch hier muss man wieder sagen, die USA haben den schwächsten Aufschwung aller Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die schwächsten Aufschwung, die USA. Und was hat Europa? Gar nichts. Gar kein Aufschwung. Und auch das? Ist Ihnen das so geläufig? Wird Ihnen das jeden Tag irgendwo in der Zeitung oder in irgendwelchen Medien gesagt? Nein. Man redet einfach nicht darüber, ne? Jeden Tag gibt es irgendwelche Meldungen, gerade geht es wieder irgendwo aufwärts. In Deutschland hat das Statistische Bundesamt auch gerade ausgerechnet, dass jetzt das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen ist. Kann man nur sagen, Gratulation, sehr fantasiereiche Statistika. Ja, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich kann es nicht erkennen. Aber die Statistik rechnet irgendwas aus und die Politiker feiern es und die Medien vermelden es und dann ist alles gut. Nichts ist gut. Und dann noch der vorletzte Fall, um den es geht. Wir haben ja einige gesamtwirtschaftliche Ziele, die stehen sogar in Deutschland in einem Gesetz. Es gibt in Deutschland ein Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, wo drin steht. Der Staat soll vier Ziele gesamtwirtschaftlich verfolgen, nämlich angemessenes Wachstum, hohen Beschäftigungsstand und Preisstabilität, aber das heißt eine positive Inflationsrate über die Jahre hinweg. Und auch das dritte Ziel, was ich jetzt gerade genannt habe, ist dramatisch verletzt. Das ist die Preisentwicklung in Europa. Die sollte eigentlich bei der grünen Linie liegen, nämlich bei zwei Prozent. Das ist das Ziel, was wir uns alle gemeinsam gesetzt haben in Europa. Und wo liegt sie? Weiter runter. Weiter runter. Wir haben Deflation. Und wiederum, wer redet darüber? Niemand. Herr Sinn, den kennen Sie, das ist der mit dem Auschebart. Käpt'n Ahab, der Ökonom. Ja, der sagt, jetzt definieren wir das einfach mal um. Wir sagen, wir wollen keine zwei Prozent mehr Inflation haben, sondern wir machen einfach null. Warum nicht einfach null? Dann haben wir das Ziel erreicht. Ist doch gut. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, definiere ich das Ziel um. Ich kann auch sagen, zehn Prozent Arbeitslosigkeit ist Vollbeschäftigung. Klar, kann man alles machen. Klar, wenn man nicht mehr weiß, wie man weiterkommen soll, dann macht man solche verrückten Sachen. Aber sinnvoll ist es natürlich nicht. Ich will ein bisschen ausholen, um zu erklären, was falsch läuft in Europa. Und das hat leider was mit Ökonomie zu tun. Man muss das, ich weiß nicht, wie viele Ökonomen oder Volkswirte jetzt, muss ich ja sagen, Betriebswirte gibt es ja sicherlich eine ganze Menge, Volkswirte im Raum sind. Aber ich muss ein bisschen über ökonomische Fragen reden, weil sonst kann man das, was passiert, nicht verstehen. Es ist aber nicht so schwer. Man muss jetzt keine komplizierten mathematischen Formeln dahin werfen oder so und komplizierte Ableitungen machen und Modelle vorführen. Man kann einfach nur denken. Wenn man ein bisschen denkt, geht es. Und alle können soweit denken. Und ich würde auch sagen, alle müssen soweit denken. Ich würde gerade den jungen Leuten empfehlen, mitzudenken. Denn wenn Sie nicht denken, wenn Sie nicht darüber nachdenken, das ist nämlich Ihre Zukunft, um die es hier geht. Es geht um Ihre Zukunft. Wenn Sie nicht darüber nachdenken und den Ökonomen das Denken überlassen, werden Sie gleich sehen, wird es ganz gefährlich. Sie dürfen den Ökonomen nicht das Denken überlassen. Sondern Sie müssen selbst mitdenken. Und Sie müssen sich am Ende vielleicht auch politisch engagieren, damit aus Ihrem Denken auch eine Handlung wirkt. Weil unsere Politiker leben nämlich in einer Käseglocke. Das haben Sie vielleicht noch nicht so bemerkt. Aber die leben in einer Käseglocke und an denen geht ganz vieles vorbei. Und nur wenn welche an die Käseglocke klopfen, ab und zu ganz laut und fest, dann werden diese Politiker mal wach und tun etwas. Meistens zu spät und meistens das Falsche. Aber klopfen muss man wenigstens. Klopfen ist das Mindeste, was man tun kann. Nun, was läuft falsch in Europa? Ich habe das mal in drei einfache Thesen gefasst. Das Erste ist, da steht, Monetarismus ist falsch. Ja, was ist Monetarismus? Weiß das jemand? Wer weiß, was Monetarismus ist? Nun, das ist die einfache Lehre, die da sagt, wenn ich viel Geld ins System hineingebe, dann kommt hinten was raus? Inflation. Oder wenn ich Inflation habe, dann habe ich zu viel Geld ins System hineingeschmissen. Die Zentralbank, zu viel Geld gedruckt. Und dann kommt am Ende Inflation raus. Und ist das so? Nun, wir haben ja gerade gesehen, wir haben akut Deflation in der Eurozone. Was macht die Europäische Zentralbank? Nun, sie schmeißt Geld ins System bis zum Geld nicht mehr. Sie weiß gar nicht mehr, wie sie es noch hineinschmeißen soll. Die einzige Art und Weise, wie es vielleicht wirken würde, hat sie noch nicht gemacht. Sie hat nämlich noch nicht zu den Leuten hingeschmissen. Oder haben sie schon was gekriegt? Mal so ein paar Tausend. Könnte die EZB ja mal so regnen lassen. Dann wird es ja vielleicht wirken. Aber bisher hat es nicht gewirkt. Alles Geld, was ich hineinschmeiße, schmeißt sie immer in die Bankbilanzen hinein. Aber es bewirkt dann nichts. Und das ist das Komische. Monetarismus ist eine Fiktion. Aber dieser Monetarismus, ich halte das für fundamental falsch. Ich werde das nachher noch erklären. Inflation hat eben nicht in erster Linie was mit Geld zu tun oder nur ganz wenig mit Geld zu tun. Sondern mit einer ganz anderen Größe, die entscheidend ist. Nämlich mit den Löhnen. Aber Monetarismus, das muss man sich mal vorstellen, war die Basis für die Konstruktion der Europäischen Währungsunion. Die Gründerväter der Europäischen Währungsunion in Anfang der 90er Jahre haben fest daran geglaubt, dass Monetarismus die Basis für alles ist. Dass man nur den Monetarismus praktisch braucht und dann würde schon alles funktionieren. Was heißt, man einigt sich auf eine gemeinsame Währung, auf ein gemeinsames Inflationsziel. Und wenn man das dann hat, dann übergibt man die Verantwortung sozusagen der Europäischen Zentralbank und dann ist alles gut. Das war ein Irrtum. Das war ein entscheidender Irrtum. Den kann man aber nur verstehen, wenn man versteht, was dahinter stand. Und dahinter stand eben in erster Linie der Monetarismus. Das Zweite, was dahinter stand, sieht ja der Gründungsidee der Europäischen Währungsunion. Und ich habe es hier hingeschrieben. Der neoklassische Arbeitsmarkt. Das werde ich nachher noch ein bisschen erklären, was das ist. Aber das ist im Prinzip die Idee, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie jeder andere Markt. Ich sage immer wieder Kartoffelmarkt. Neulich habe ich das in Irland vorgetragen, aber in Irland kommt das ganz schlecht an, wenn man über Kartoffelmarkt redet. Weil diese Hungersnöte waren mit Kartoffeln zu tun. Und alles, was Kartoffeln angeht, wollen die ja nicht hören. Da musste ich schnell was anderes finden und nicht mehr über den Kartoffelmarkt reden. Aber die Idee ist, der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein ganz normaler Markt. Und was ist an einem normalen Markt? Wie kriegt man an einem Markt, dass das Zeug verkauft wird? Hier am Wochenmarkt in Passau oder so, wie wird was eher verkauft? Nur wenn es billiger wird. Das ist ja einfach. Wenn die Kartoffeln abgesetzt werden sollen, wenn man mehr Kartoffeln abschätzen will, soll man sie billiger machen. Dann essen die Leute eben Kartoffeln und keine Nudeln mehr. Und bei der Arbeitslosigkeit ist es genauso. Wenn man hohe Arbeitslosigkeit hat, was muss man machen? Nun, die Arbeit muss billiger werden. Wenn die Arbeit billiger ist, wird sie nachgefragt von den Unternehmen und dann ist alles gut, oder? Und das ist genau falsch. Das genau ist fundamental falsch. Das ist hundertprozentig falsch. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Das ist richtig. Aber das muss man auch verstehen, wenn man verstehen will, warum das so schief läuft, was schief läuft. Und der dritte Punkt, das will ich dann vielleicht am Ende ein bisschen länger behandeln, ist die schöne Frage, was ist eigentlich mit den Schulden? Denn Schulden, wissen wir, das sind doch ganz schlimm. Und wir haben ja auch sofort, unsere Politiker sind genial, in mancher Hinsicht sind unsere Politiker genial. Als wir Finanzkrise hatten, wir hatten Finanzkrise, da hatten irgendwie die Banken ein Problem. Und in der Tat, die Banken oder viele Spieler an diesen Finanzmärkten waren überschuldet. Warum waren die überschuldet? Das kann man sich leicht vorstellen. Weil die hatten im Grunde alle gewettet. Die hatten Wetten abgeschlossen. Und die haben gedacht, die können alle gewinnen. So wie wenn alle Fußballer glauben, dass sie am Wochenende alle gewinnen können. Ja, bei einer Wette können nicht alle gewinnen. Das ist unmöglich. Wenn aber große Massen von Finanzhaien Wetten abschließen, dann müssen immer einige verlieren. Und wenn dann noch ein paar Schocks dazu kommen, sodass das gesamte System sich in die falsche Richtung bewegt. Nun, dann gibt es eben unheimlich viele Verlierer bei diesen Wetten. Und dann geht das Ganze in die Hose. Aber das war ein Bankenproblem. Nur, was haben unsere Politiker genialerweise sofort getan? Kaum war das Bankenproblem offenkundig. Und die Politiker mussten dann Banken retten. Was haben sie dann getan? Sie haben die Krise umbenannt. Sofort. Genau, irgendjemand hat es gesagt. Sie haben davor sofort eine Staatsschuldenkrise daraus gemacht. Warum eigentlich? Die Staatsschulden waren nicht das Problem. In keinem Land der Welt waren die Staatsschulden vor dieser Krise das Problem. Und dennoch haben die Politiker sofort, aber unmittelbar diese Krise umbenannt und haben gesagt, es ist nicht eine Bankenkrise, sondern es ist eine Staatsschuldenkrise. Und dann kam die Euro-Krise dazu und da haben sie die auch noch Staatsschuldenkrise genannt. Das sagen sie heute noch. Hat aber auch mit einer Staatsschuldenkrise überhaupt nichts zu tun. Und so werden wir tagtäglich verwirrt, sind sie? Wir werden tagtäglich verwirrt. Warum nennen sie das Staatsschuldenkrise? Nun, aus dem einfachen Grund, weil das ein Problem ist, was sie erst mal verstehen, was sie intellektuell verarbeiten können, was ja auch immer so ein Problem ist. Und zum Zweiten ist Staatsschuldenkrise etwas so normales. Das wissen Sie, das haben Sie vorher schon gehabt. Staatsschulden sind eigentlich immer zu hoch, oder? Und wenn man dann so ein einfaches Ziel hat, man sagt, müssen jetzt alle die Staatsschulden runterfahren, dann ist ja gut, dann ist es furchtbar einfach, alle fahren die Staatsschulden runter, dann ist das Problem gelöst. Ja, auch das ist vollkommener Unsinn. Und in allen drei Feldern haben wir vollkommen Unsinn produziert. Und wenn man überall vollkommen Unsinn produziert, dann kommt eben Unsinn hinten raus, wie wir gerade eben gesehen haben. Und das will ich jetzt noch ein bisschen erklären. Zunächst aber will ich mal zeigen, warum der Monetarismus falsch ist. Warum ist der Monetarismus falsch? Nun, der Monetarismus ist eine einfache Behauptung, die sagt, und das können Sie bei allen, Sie können ja mal Volkswirtschaftsprofessoren, hier aus Passau sind bestimmt keine da, die gehen nicht in so Veranstaltungen. Doch, ist einer da? Er muss sich jetzt nicht melden, wenn einer da ist, oder Sie. Sind Sie Lehrender in Volkswirtschaft? Aber die gehen nicht in so Veranstaltungen, weil es so unangenehm ist. Da hört man was über das eigene Fach, wo man da schon alles richtig weiß. Und dann redet da einer und behauptet das Gegenteil. Ganz schrecklich. Nun, was sagen alle Ökonomen? Warum ist der Monetarismus richtig? Das können Sie testen bei Ihren Volkswirtschaftsprofessoren. Fragen Sie mal, warum eigentlich der Monetarismus so wichtig ist. Und dann kommt immer eine Standardantwort, kommt immer die Antwort. Ja, warum? Weil wir wissen, es hat keine Hyperinflation in dieser Welt gegeben. Deutschland 1922, 1923, das berühmte Beispiel. 10.000 Millionen, ich weiß nicht wie viel, Inflation, Prozent Inflation. Und alle diese Hyperinflationen waren nur möglich. Warum? Weil die Zentralbank Geld gedruckt hat. Ohne Geld gibt es keine Inflation. Und das ist schon mal wieder ein logischer Fehler. Wenn ich sage, ohne Geld gibt es keine Inflation, würde ich sofort zustimmen. Das stimmt. Ohne Geld gibt es keine Inflation. Aber daraus folgt nicht das Umgekehrte, dass wenn ich Geld ins System stecke, dass Inflation rauskommt. Das ist nämlich nur die, das Geld ist nur die notwendige Bedingung, aber nicht die hinreichende Bedingung dafür, dass Inflation entsteht. Aber so einfache kleine logische Fehler machen die Ökonomen gern, dann hat es das Leben einfach und dann muss man sich nicht weiter Gedanken machen. Aber der Monetarismus ist falsch. Und wir sehen hier, es gibt eine andere empirische Evidenz, die ist unheimlich klar, über lange Fristen jedenfalls, das ist über eine sehr lange Frist. Ab Fristen von zehn Jahren gilt es ziemlich hundertprozentig. Darunter ist es ein bisschen schwächer. Können wir vielleicht nachher noch erklären. Und da erklärt man die Inflation mit etwas ganz anderem, nämlich da wird die Inflation erklärt mit den Löhnen im Prinzip. Aber nicht den Löhnen alleine, sondern mit den Löhnen im Verhältnis zur Produktivität in jedem Land. Das nennt man Lohnstückkosten. Das ist hier, was hier aufgezeichnet ist, aus in Englisch, das ist eine Mix-Grafik, ganz schrecklich. Halbenglisch, halbdeutsch. ULC ist Unit Labor Cost, das ist Lohnstückkosten. Und diese Lohnstückkosten erklären in der Tat sehr gut die Inflationsrate. Das heißt, je nachdem wie viele Löhne man sich gönnt, sozusagen im Verhältnis zu seiner Produktivität, dementsprechend hat man hohe oder niedrige Inflationen. Es ist interessant, hier zum Beispiel zu sehen, es gibt ein komisches Land da drauf, das heißt Westdeutschland, kann ich kaum an erinnern, dass es das mal gab. Das Land hat eine sehr viel höhere Inflation als das andere komische Land, was da ganz unten steht, das heißt Germany. Ja, Westdeutschland hatte komischerweise eine viel höhere Inflation als Germany. Kann man sich auch fragen, warum, werden wir gleich noch erklären. Also die Lohnstückkosten, das Verhältnis der Löhne zur Produktivität erklärt die Preissteuerungsrate. Auch das ist furchtbar einfach, wenn in einem Land, jetzt sind Wachstumsraten ausgedrückt, wenn in einem Land die Produktivität um zwei Prozent steigt, eine Produktivität, weiß jeder, was das ist. Das ist alles, was wir produzieren, im Verhältnis zu unserer Arbeitskraft. Also richtigerweise rechnet man Produktivität pro Stunde, man schaut alles an, was wir produzieren in einem Jahr und teilt es durch die gesamten gearbeitenden Stunden und dann kommt raus in Deutschland, wie viel kommt da raus, wer weiß noch so ungefähr, absolute Zahl, 40. 40 Euro pro Stunde, das ist das, was wir so im Durchschnitt der gesamten Volkswirtschaft produzieren. 40, 42, so was, ich zeige es vielleicht nachher noch. Das ist das, was wir so produzieren, die Produktivität. Und was anderes haben wir nicht, um uns irgendwas zu gönnen. Alles, was wir haben wollen, kommt aus dieser Produktivität, denn wir haben ja nichts anderes als dieses Produkt, was wir jedes Jahr produzieren. Also wenn die Produktivität jetzt steigt um zwei Prozent und die Löhne steigen um fünf Prozent, dann steigen diese Lohnstückkosten um fünf minus zwei gleich drei Prozent, ungefähr. Mathematisch nicht ganz exakt, aber sagen wir mal, das stimmt so ungefähr. Und das bestimmt die Inflationsrate jedenfalls über lange Fristen. Und jetzt müssen wir nur noch eine einfache Frage beantworten, ja, was, wenn das die Inflationsrate bestimmt, aber nicht die Geldpolitik, Geldpolitik, wie ist das dann gelaufen in der europäischen Währungsunion? Denn irgendjemand musste ja die Inflationsrate bestimmen. Und wenn es die Löhne waren, wie ist es dann gelaufen? Denn daraus folgt ja dann, wenn man eine Währungsunion hat, und das haben wir ja gemacht, wir haben eine Währungsunion gegründet. Viele Leute, das haben auch viele nicht verstanden, viele Leute glauben immer noch, eine Währungsunion sei eine Union von Ländern, die alle gleich sein müssten. Das ist Quatsch. Die müssen nicht gleich sein. Auch Frau Merkel hat gesagt, wir müssten ja, mit den Griechen können das ja nicht, gehen, die haben viel zu viele Urlaubstage im Vergleich zu uns. Das ist Unsinn. Andere sagen, die Franzosen haben ja so niedriges Renteneintrittsalter. Das kann ja auch nicht gehen. Das ist auch Unsinn. Herr Henkel, kennt den jemand, Hans Olaf, sagt, der Euro ist zu schwer für den Süden. Der Süden ist weniger produktiv. Das ist auch Unsinn. Das ist alles Unsinn. Das hat alles mit einer Währungsunion nichts zu tun. Und das kann man leicht verstehen, wenn man auf diese Kurve guckt. Denn was heißt dann Währungsunion? Wenn ich eine Währungsunion mache, ich einige mich auf ein bestimmtes Inflationsziel, aber entscheidend ist nicht, dass ich meine Geldverantwortung der Notenbank gebe. Das ist nur eine Nebenbedingung. Entscheidend ist, dass ich mich mit einem Löhnen an meine Produktivität anpasse, sodass am Ende 2% Inflation rauskommt. Der 2% haben wir nun mal festgelegt als Inflationsziel. Die Europäische Zentralbank. Das ist das entscheidende Kriterium für eine funktionierende Währungsunion. Alle Länder müssen sich so an ihre eigene Produktivität nicht an die Produktivität des Nachbarn anpassen, sondern an ihre eigene Produktivität, dass am Ende die Löhne 2% über der Produktivität steigen. Ist ja einfach zu machen, oder? Hätte man ja einfach mal machen können. Hat aber niemand getan. Doch, einer hat es getan, aber die anderen nicht. Und das ist der Kern des Problems. Wenn ich mich darauf einige, eine Währungsunion zu haben, bei der alle sich sozusagen an ihre Produktivität anpassen müssen, sie müssen nicht alle gleich sein, sie müssen nicht alle gleich arm und gleich reich sein, sie müssen nicht alle die gleiche Produktivität haben, sie dürfen total unterschiedliche Produktivität haben, aber sie haben sich an ihre Produktivität gefälligst anzupassen, sodass 2% Inflation rauskommt. So, und jetzt brauchen wir uns ja nur noch anschauen, wie das gewesen ist. Das sind die Lohnstückkosten, die jetzt ein bisschen anders aufgezeichnet sind, nämlich als Index. Ich habe es jetzt aufgezeichnet als Index, also 1999 gleich 100 gesetzt, sondern die Wachstumsraten immer einfach drauf multiplizieren. Also im ersten Jahr ist 100, bei 2% Inflation ist im zweiten Jahr 102 und so weiter. So, und jetzt in der Mitte ist ein schwarzer Strich, das ist wieder das Inflationsziel in Europa, 2%, 1,9 ganz genau. Ja, und jetzt kann man sehen, wer was richtig gemacht hat, und wer was falsch gemacht hat. Das ist ganz einfach, ne? Furchtbar simpel. Als ich diese Grafik vor zwei Wochen in den Sinn gezeigt habe, konnte ich gar nicht hingucken, weil es war, war ihm unheimlich. Aber es ist furchtbar einfach. Es ist furchtbar einfach, ja. Es hat Länder gegeben, man sieht die, die über der schwarzen Linie sind, die haben zu hohe Löhne gehabt, das ist vollkommen richtig, ne? Dort sind die Löhne zu stark gestiegen. In Italien, habe ich ja schon erwähnt, sind die Löhne gestiegen um 2,5% pro Jahr über der Produktivität. Über der Produktivität hätten zwei sein sollen. In Griechenland sind sie um 2,8% über der Produktivität gestiegen, hätten zwei sein sollen. Nur in einem einzigen Land sind Löhne so gestiegen wie die Produktivität. Das heißt leider nicht Deutschland, sondern Frankreich. Ja, das ist das einzige Land, was das gemacht hat, was man in einer Währungsunion tun muss, sich nämlich an seine Produktivität so anzupassen, dass am Ende 2% Inflation rauskommen. Ja, dann gibt es noch das komische Land da unten wieder. Was macht das da unten? Was macht das Land da unten? Das ist die Frage, die man sich in Deutschland jeden Tag stellen müsste. Was machen wir da unten? Warum liegen wir denn da unten? Wir waren doch diejenigen, die die 2% Inflation erfunden haben. Es war wirklich das deutsche Ziel. Über 30 Jahre vor der Währungsunion war es immer das deutsche Ziel, möglich 2% zu erreichen. Die anderen Länder haben sich an 2% angepasst, so gut es ging, die einen schlechter, Frankreich perfekt. Aber was hat Deutschland gemacht, als die anderen sich an 2% angepasst haben, ist es abgetaucht. Weg. Ja, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Die da oben über der Linie haben über ihren Verhältnissen gelebt, sozusagen. Ein Schluck zu viel aus der Pulle genommen und Deutschland hat zu wenig genommen. So einfach ist das. Das ist furchtbar einfach. Nur wir sind nicht bereit, es wahrzuhaben. Man kann das in Deutschland nicht diskutieren. Weil wenn man das versucht zu diskutieren, dann kommen sofort die ganzen deutschen Medien. Und sonst wer, wenn es eine ganz kurze Frage haben, dürfen Sie auch dazwischenfragen. Bitte schön. Das ist eine Frage, die wir gerne nachher am Ende beantworten dürfen. Es hatten übrigens alle Länder hohe Arbeitslosigkeit. Italien, Frankreich hatten 1999 genau die gleiche Arbeitslosigkeit wie Deutschland. Genau die gleiche Arbeitslosigkeit. Aber wir können das nachher gerne diskutieren. Das ist ja eine wichtige Frage. Es war Währungsunion und wir haben unter unseren Verhältnissen gelebt. Nun ist die Logik wiederum ganz einfach. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass alle deutschen Produkte jetzt hier und heute noch um 20 Prozent etwa billiger sind als die Produkte der anderen. Das ist ja schön, ne? Ja, gut für uns. Leider schlecht für die anderen. Ja, und was folgt daraus? Nun, die anderen haben natürlich unsere Produkte vor allem gekauft und wir haben weniger Produkte von denen gekauft. Komme ich gleich zu. Und was haben wir jetzt daraus geschlussfolgert? Man sieht das jetzt schon an den südeuropäischen Ländern, die wir da haben, Griechenland und Spanien. Was hat die deutsche Politik daraus geschlussfolgert? Aus dieser Diagnose, aus diesem einfachen Bild. Was haben wir daraus geschlussfolgert? Alle müssen so werden wie wir. Ja, das ist ja ganz einfach, klar. Und einige haben es ja schon versucht. Griechenland und Spanien sind ja schon deutlich runtergegangen. Griechenland ist das Land, das die Löhne am meisten gesenkt hat in den letzten 80 Jahren von irgendeinem Industrieland dieser Welt. Und die Arbeitslosigkeit ist ja verschwunden, weil die Löhne ja gesenkt haben. Kartoffelmarkt, ne? Oder? Stimmt leider nicht ganz. Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch gestiegen. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, jetzt gibt es ja nur zwei Lösungen auf der Welt, um dieses Problem zu lösen. Wenn wir sagen, diese Lücke ist ein Problem, und sie ist ein Problem, weil die anderen Länder nicht überleben können mit dieser Lücke. Denn Italien und Frankreich zum Beispiel verlieren dauernd auf den internationalen Märkten Marktanteile gegenüber Deutschland. Das heißt, Deutschland gewinnt dauernd Arbeitsplätze, und die verlieren dauernd Arbeitsplätze. Und das die nächsten 100 Jahre. Ist ja in Ordnung, oder? Geht uns doch gut. Geht uns doch gut. Ja, den anderen geht es leider schlecht. Aber wenn man das zusammenführen will, was muss dann passieren? Nun, dann muss entweder die von oben nach unten, oder von unten nach oben. Schon die einfachste Überlegung führt dazu, dass wir eigentlich von unten nach oben müssten, nämlich die deutschen Löhne steigen müssten. Warum? Wenn wir Deflation nämlich vermeiden wollen. Wenn wir für 100 Jahre Deflation vermeiden wollen, müssen die Deutschen auch nach oben, weil sonst geht es gegen die Mathematik. Denn wenn die anderen alle nach unten gehen, dann gibt es Deflation. Dann gibt es für 10, 20 Jahre Deflation, wie in Japan. Das ist die logische Folge dessen, was ich vorhin gesagt habe. Da kann man nicht drüber diskutieren, eigentlich. Aber wir sind ja weiterhin davon überzeugt, dass wir alles richtig gemacht haben. Und deswegen die anderen sich an uns anpassen müssen. Ich will das nochmal am Beispiel Frankreich und Deutschland zeigen. Bei der Währungsunion, ich sage es nochmal ganz klar, es geht nicht um Griechenland. Es ist klasse, wenn man über Griechenland kann, können alle Leute in Deutschland heute eine Stunde aus dem Stehgreif reden. Jeder weiß, was in Griechenland alles schiefgelaufen ist. Jeder weiß ganz genau und jedes Detail und keine Katasterämter und Korruption an jeder Ecke und so. Es ist unglaublich. Jeder weiß das. Aber es geht gar nicht um Griechenland. Es geht auch nicht darum, dass irgendwer an irgendeiner Stelle immer irgendetwas falsch macht. Ich sage immer, es gibt viele Probleme in Europa, unheimlich viele Probleme. Die einen haben keine Katasterämter, die anderen trinken zu gern Rotwein, die anderen arbeiten nicht so richtig fleißig wie die Deutschen. Es gibt sogar ein Land, was innovative Software einsetzt, um seine Abgaswerte zu reduzieren. Oder ein noch schöneres Beispiel. Ich bin vorgestern wieder in Berlin gewesen. Ein Land, das schafft es nicht mal, einen Flughafen in seiner Hauptstadt zu bauen. Das ist ja auch schön. Unglaublich effizient. Ja, so gibt es ganz viele Probleme in allen Ländern. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Auf alle diese Fragen kommt es überhaupt nicht an. Weil es kommt ja nur darauf an, ob ich mich an meine Produktivität anpasse. Und sonst nichts. Und wenn ich eben gern am Strand liege und Rotwein trinke, ist meine Produktivität niedrig, dann muss ich nur meine Löhne wieder an meine Produktivität anpassen. Überhaupt kein Problem. In einer Währungsunion darf jeder nach seiner Fasson selig werden. Nur wir haben es nicht begriffen, wir wollen es nicht begreifen. Wir wollen ja gern die Besten sein, und wir wollen es nicht begreifen. Ich will jetzt noch mal ein Beispiel Deutschland-Frankreich zeigen. Das sind jetzt noch mal die nominalen Löhne, also die ausbezahlten Löhne in Frankreich von 1999 bis heute und die Produktivität. Bei Frankreich ist das ein klassischer Fall, weil er zeigt, dass es auch mit der Produktivität nichts zu tun hat. Wir glauben immer, wir sind so superproduktiv, unsere Produkte sind ja sowieso die Besten der Welt. Aber wir sind auch hochproduktiv, das wissen wir auch. Jetzt schauen wir mal Deutschland im Vergleich und schauen Sie mal auf die orangene Kurve. Ich mache mal dreimal hin und her. Die orangene Kurve ist nämlich die Produktivität, der Produktivitätszuwachs in Deutschland und in Frankreich. Und? Ja, der ist vollkommen gleich. Der ist fast 100 Prozent gleich. Und? Was ist der Unterschied? Er hat nichts mit der Produktivität zu tun, sondern nur mit den Löhnen, sonst nichts. Damit wir diesen Vorurteil ein für alle Mal aus der Welt haben. Es hat nur mit der Produktivität zu tun, äh, nicht mit der Produktivität zu tun, sondern nur mit den Löhnen, sonst gar nichts. Und wenn sich darauf die herrschende Lehre der Ökonomen mal konzentrieren würde, statt über Griechenland zu reden, dann würden Sie nämlich merken, was Sie für einen Unsinn erzählen. Und nicht nur der Herr Sinn. Nun will ich aber noch kurz zeigen, was passiert ist. Nun haben wir ja, ich gehe noch einmal zurück, damit Sie das noch mal in Erinnerung haben. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn die Länder, nein, wir haben es noch nicht gesehen, wir haben gesehen, dass Länder schon ihre Löhne gesenkt haben. Griechenland ist der klassische Fall. Griechenland hat seine Löhne gesenkt. Und daraufhin hätte ja eigentlich, ich habe es vorhin schon gesagt, hätte ja eigentlich passieren müssen, was jeder erwartet hat, nämlich wenn die Löhne gesenkt werden, dann sinkt die Arbeitslosigkeit, weil die Arbeit wird ja billiger. Wenn etwas billiger wird in der Marktwirtschaft, wird das mehr nachgefragt. Es ist aber leider vollkommen falsch. Ich zeige das hier mal Griechenland. Hier haben wir die Reallöhne in Griechenland pro Stunde. Auf der rechten Skala sind die abgebildet. Die sind absolut in Größen. Das ist der Reallohn pro Stunde in Euro. Kann man einfach so ablesen. Und da sieht man, seit 2009, 2010 ist dieser Reallohn massiv gesunken. Der ist um über 20 Prozent gesunken, der Reallohn der Menschen. Und was ist passiert bei der Arbeitslosigkeit? Nun, sie ist gestiegen. Und da kommt eben dieser zweite Faktor, dieser neoklassische Arbeitsmarkt. Warum ist sie gestiegen? Warum ist denn die Arbeitslosigkeit gestiegen, wenn die Löhne gesunken sind? Ja, das ist furchtbar einfach. Und in Deutschland ist die Arbeitslosigkeit ja nicht gestiegen, als die Löhne gesunken sind damals, oder? Jetzt müssen wir das nur noch zusammenbringen. Dann haben wir schon die Frage des Kollegen beantwortet. Warum hat es in Deutschland funktioniert? Warum hat es in Griechenland nicht funktioniert? Ich zeige noch mal das Bild. Ja, weil, was Deutschland getan hat, war etwas anderes. Deutschland hat von Beginn der Währungsunion sozusagen durch seine Lohnsenkung, seine preisliche Situation so verbessert, dass sie seine Arbeitslosigkeit exportiert hat. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. Das können ja auch mal alle Länder der Welt versuchen, ihre Arbeitslosigkeit zu exportieren. Nur wohin, das wissen wir noch nicht. Und Griechenland, das sieht man hier so schön, hat was gemacht, hat seine Löhne gesenkt, aber seine Wettbewerbsfähigkeit ist noch gar nicht gestiegen, gegenüber Deutschland jedenfalls nicht. Das hat jetzt gerade mal Frankreich ein bisschen unter Boden. Aber es hat, weil es so einen großen Abstand zu Deutschland hat, seine Wettbewerbsfähigkeit noch gar nicht erhöht. Und was ist deswegen passiert, als die Löhne gesunken sind? Nun, beim Export ist nicht viel passiert. Der Export hat sich nicht erhöht wie in Deutschland damals. Aber diese Länder haben noch einen Binnenmarkt. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Binnenmarkt. Und der lebt davon, dass die Leute das Zeug kaufen, was sie produzieren. Die Arbeiter auf der ganzen Welt, wir können es auch für die Welt betrachten oder für ein einzelnes Land. In Griechenland ist der Binnenmarktanteil an der Volkswirtschaft 75 Prozent und der Exportanteil 25 Prozent. Der Exportanteil haben wir versucht, die Situation zu verbessern, aber wir sehen, es reicht noch nicht. Aber beim Binnenmarktanteil, der 75 Prozent ausmacht, was bewirkt da eine Lohnsenkung? Nun, was passiert denn, wenn morgen alle unsere Einkommen, Löhne oder was immer wir beziehen, alle beziehen irgendein Einkommen? Genau, wenn die um 20 Prozent sinken, was passiert denn dann übermorgen? Nun, da fragen wir übermorgen alle um 20 Prozent weniger nach, was sollen wir denn sonst tun? Und wenn wir alle 20 Prozent weniger nachfragen, was passiert dann? Ja, da sind unsere Arbeitsplätze futsch. Dann haben die Unternehmer zwar 20 Prozent niedrige Löhne, aber sie haben auch 20 Prozent weniger Auslastung. Also schmeißen sie Leute raus, weil sie dann ihre Gewinne noch mal maximieren können. Aber bei geringer Auslastung, bei höherer Arbeitslosigkeit. Das passiert, wenn man die Löhne senkt. Und genau das ist in Griechenland und in anderen Ländern passiert. Und es ist in Deutschland nicht passiert damals, aus dem einzigen Grund, weil Deutschland der Einzige war, der es gemacht hat, der seine Wettbewerbsfähigkeit über diese Lohnsenkung dramatisch verbessert hat und die anderen geschlafen haben, sozusagen. Daraus kann man aber nicht folgen, das können jetzt alle tun, das können eben nicht alle tun, es kann immer nur ein einziger tun oder zwei oder so, aber das können nicht alle tun. Und es muss immer welche geben, die die Arbeitslosigkeit importieren, die derjenige, der die Löhne senkt, exportiert. Das ist die einfache Logik. Und das ist, wenn man im Moment drüber nachdenkt, auch vollkommen klar. Ach, jetzt kommt eine Grafik, die ich eigentlich gar nicht zeigen wollte. Aber ich will es doch noch mal zeigen, obwohl es mit unserem Problem nichts zu tun hat, nur wegen allgemeiner Vorurteile. Das ist die Produktivität pro Stunde gerechnet. Ich habe ja gesagt, man kann Produktivität pro Stunde rechnen. Man muss sie pro Stunde rechnen, wenn man ernsthafte Aussagen machen will. Die Produktivität pro Stunde gerechnet in Deutschland und Frankreich. Und da, uh, ein ganz schreckliches Ergebnis. Ja, die französische Produktivität ist höher als die deutsche. Oh, wow, 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 wow. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist die Statistik bestimmt falsch. Wahrscheinlich von einem Franzosen gefälscht. Aber wir wollen uns damit nicht beschäftigen, sondern es war nur zur Information. Nun, was passiert, wenn die Länder so unterschiedliche Preisniveaus haben, so unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeit haben wie in Europa. Nun, da passiert etwas ganz Einfaches, nämlich, ich habe es schon vorhin gesagt, die Menschen in den Ländern, in Griechenland, in Frankreich, in Italien, kaufen natürlich die billigen Produkte. Da steht ja nicht dran, du sollst jetzt nur, du darfst keine deutschen Produkte kaufen. Das wäre ja auch gegen den Geist des europäischen Binnenmarktes. Nein, sie kaufen die billigen Produkte. Und was Deutschland kauft, die teuren Produkte von diesen Ländern nicht. Also wie kaufen sie dann unsere Produkte oder jedenfalls ein Teil unserer Produkte nun? Auf Pump. Ja, wie sonst? Alle Länder, die mehr exportieren, als sie importieren, müssen den anderen Kredite geben, damit die mehr importieren können, als sie exportieren. Ist ja klar, oder? Wenn sie mehr ausgeben wollen, als sie verdienen, muss ihnen einer einen Kredit geben. Anders geht es nicht. Das ist wieder gegen die Logik. Du musst ihnen jemanden einen Kredit geben. Wenn die anderen Länder mehr ausgegeben haben, weil wir so gute Exporteure waren, dann mussten wir ihnen einen Kredit geben, damit sie das tun können. Das heißt, einen erheblichen Teil der Produkte, die wir in diesen Ländern verkauft haben, haben wir ihnen gepumpt. Denn sonst hätte es diesen Export von deutscher Arbeitslosigkeit gar nicht gegeben. Und darüber wollen wir jetzt noch einen kleinen Augenblick nachdenken. Ich habe gar keine Ruhe. Haben wir noch Zeit? Ja, ja, ist noch Zeit. Darüber wollen wir noch einen Moment nachdenken. Und dann kommen wir nämlich zu dieser Schuldenfrage. Man sieht hier schon, das sind die Salden in den sogenannten Leistungslanden. Das ist also Export minus Import. Da sieht man, in der Währungsunion gibt es eine dramatische Auseinanderentwicklung. Deutschland hat Überschüsse in dieser Leistungsbilanz, also Exporte über Importe, und die anderen haben Defizite. Deutschland hat übrigens, wenn man sich das anschaut, manche sagen, es war in Deutschland schon immer so. Deutschland hat schon immer, wir sind das geborene Überschussland. Das ist leider falsch. Das sind die deutschen Überschüsse seit 1960. Und da sieht man ganz deutlich dran, es war nicht schon immer so. Es gab einmal eine Phase in den 80er Jahren, wo Deutschland es auch versucht hat. Die Älteren wissen noch warum. Warum das mal gelungen ist, ganz kurze Zeit. Nun, weil der Dollar mal in der Reagan-Zeit dramatisch aufgewertet hat. Der Dollar hat seinen Wert sozusagen verdoppelt gegenüber der D-Mark. Und plötzlich waren die deutschen Produkte extrem billig und dadurch konnte man in die USA exportieren. Das ist diese Phase in den 80er Jahren. Aber ansonsten waren die Überschüsse und Defizite relativ klein. Es war nichts Besonderes. Aber jetzt in der europäischen Währungsunion ist es passiert. Und in diesem Jahr, jetzt muss man ganz rechts gucken, ich habe jetzt leider keinen Pointer, damit ich das zeigen kann. In diesem Jahr wird Deutschland nach diesem Maß 8,5 Prozent haben. Die Kurve geht da noch mal wunderschön nach oben. 8,5 Prozent Überschuss. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und man sieht hier übrigens, das ist die Regeln, die Deutschland durchgesetzt hat in der europäischen Währungsunion, die man einhalten sollte. Das ist eine perverse Regel, weil die Überschussländer werden erst bestraft sozusagen bei 6 Prozent Überschuss, die Defizitländer schon bei 4 Prozent Defizit. Ist super genial, aber das hat Deutschland durchgesetzt. Aber selbst gegen diese von Deutschland durchgesetzte asymmetrische Regel verstößt Deutschland in dramatischer Weise. Und? Alle müssen sich an die Regeln halten, ne? Alle, klar. Außer einem. Ja, sagt doch Deutschland, jeder deutsche Politiker, CSU vor allem, vorneweg, wie heißt der der Oberheimatverteidiger? Ja, Söder. Ähnlich wie Schröder. Söder, Schröder, komisch. Der sagt es doch dauernd, alle müssen sich an die Regeln halten, alle müssen ihre Hausaufgaben machen. Ja, was ist denn nun? Selbst diese absurde Regel, die Deutschland da durchgesetzt hat, gegen die verstößt Deutschland massiv. Und was passiert? Nix. Klar. Wer Macht hat, setzt eben die Regeln durch, nicht nur komisch fest, sondern er setzt auch durch, dass gegen ihn nichts passieren kann. Das ist das Prinzip, das neue Prinzip der europäischen Gemeinschaft. Und ich kann Ihnen sagen, was aus einer solchen Gemeinschaft wird, wo einer das so durchsetzt, aus dieser Gemeinschaft wird nichts. Nichts. Absolut nichts wird daraus. Aber ich will das noch ein bisschen verallgemeinern, Ihnen nochmal diese Schuldenfrage der anderen und der bei uns zeigen. Das sind die sogenannten Salden, Salden der Sektoren in Deutschland und Deutschland gegen den Rest der Welt. Das umfasst die ganze Welt, weil da sind die anderen Länder drin, das sind alle Sparsalden sozusagen und die Schuldensalden. Alle, die über Null sind, haben ein Sparsaldo, die sparen, die geben weniger aus, als sie einnehmen. Und alle, die unter Null sind, geben mehr aus, als sie einnehmen. Und jetzt, da es für die ganze Welt handelt, müssen wir nur noch wissen, wie hoch ist denn der Saldo für die Welt? Nun, der Saldo für die Welt ist immer genau gleich Null. Ja, weil die Welt hat keinen, dem sie ihre Ersparnisse geben könnte und die Welt hat auch keinen, bei dem sie Schulden machen könnte. Die Welt hat sich nur sich selbst. Und da es keine Schulden gibt, ohne Verbindlichkeiten, ohne Forderungen, kein Schulden ohne Sparen, deswegen ist der Saldo für die Welt immer genau gleich Null. Und deswegen können wir ganz leicht mit diesen Salden hier rechnen. Sie addieren sich immer zu Null. Weil niemand kann über seine, ich kann es auch anders sagen, niemand kann über seine Verhältnisse leben, wenn ein anderer nicht unter seinen Verhältnissen lebt. Denn die Welt hat ja nur ihre Verhältnisse. Die Welt hat nur das, was sie produziert. Wenn einer mehr von dem, was produziert wird, haben will, also Defizite macht, Schulden macht, dann muss er ein anderer weniger machen. Das gilt aber auch umgekehrt, komischerweise. Wenn einer weniger konsumieren will, als er produziert, dann muss er ja einen finden, der sich verschuldet. Man kann auch nur sparen, wenn einer Schulden macht. Oder man kann nur Schulden machen, wenn einer spart. Gilt aber in beiden Richtungen. Und das ist hier abgebildet. Und das ist jetzt, denkst du mal, Deutschland in den 60er Jahren. Das war noch eine funktionierende Marktwirtschaft. Ja, es war eine funktionierende Marktwirtschaft unter bestimmten Bedingungen. Was ist da passiert? Nun, da haben die privaten Haushalte gespart. Das tun sie heute auch noch, werden wir gleich sehen. Sie sparen heute auch noch. Und das Ausland, der Staat, haben sich ziemlich rausgehalten, waren so um die Nulllinie rum. Das heißt, sie haben weder Schulden gemacht, noch Ersparnisse gehabt auf Dauer. Und wer hat die Schulden gemacht in Deutschland in den 60er Jahren? Nun, die deutschen Unternehmen. Die grüne Linie sind die deutschen Unternehmen. Die privaten Haushalte haben Ersparnisse gebildet, haben sie auf die Bank getragen und die Unternehmen haben sie quasi von dort genommen und haben sie investiert. Das hier hat übrigens nichts mit ökonomischer Theorie zu tun. Das ist Buchhaltung, was ich jetzt mache. Das ist makroökonomische Buchhaltung. Wenn man das vernünftig interpretieren will, muss man das ein bisschen anders noch drehen. Aber man kann es erst mal, um die Logik zu verstehen, auch so rummachen, wie ich es jetzt mache. So. Das war eine funktionierende Marktwirtschaft. Und jetzt schauen wir die heutige deutsche Wirtschaft an. Und da sieht man, die Welt hat sich da ein bisschen geändert. Ich kann ja nochmal zurückschalten. Die Welt hat sich gerade ziemlich geändert. Nämlich jetzt sind alle deutschen Sektoren sind jetzt Sparer. Die privaten Haushalte sparen immer noch die blaue Linie. Aber die deutschen Unternehmen sind jetzt auch Sparer geworden. Wie schön. Und der deutsche Staat, da sind wir alle ganz stolz drauf und steht ja auch in der Verfassung, ist jetzt auch ein Sparer, hat jetzt die schwarze Null erreicht. Also hat Frau Merkel im Bundestag gesagt, wir wachsen jetzt ohne Schulden. Stimmt leider nicht ganz, weil da unten ist diese komische rote Linie. Ja, alle unsere Schulden werden sozusagen im Ausland gemacht. Alle unsere Ersparnisse werden ins Ausland exportiert, weil sonst geht es ja nicht. Aber die werden ja sicher das Geld sehr gut investieren. Da sind wir ja ganz sicher. Die jungen Leute hier glauben ja alle fest daran, dass die alle tüchtig investieren. Wir haben ja auch in jedem Euro, den wir so exportiert haben, in alle möglichen Länder dieser Welt, haben wir drangeschrieben, Zettelchen drangemacht, bitte nur für Investitionen verwenden, nicht konsumieren. Keine deutschen Autos von kaufen, ganz schlecht. Also die haben die sicher investiert, oder? Können wir davon ausgehen. Nein, die haben nichts davon investiert. Warum sollten sie das investieren? Die haben unsere Produkte davon gekauft. Da sind noch ein paar Investitionsgüter drunter, aber ganz wenige. Die meisten sind Autos. Und was weiß ich sonst noch? Und da sind die deutschen Ersparnisse, sie sind in den Krediten, die die Ausländer aufgenommen haben, um deutsche Autos zu kaufen, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Davon zahlen die jetzt in 30 Jahren die Rente der jungen Leute hier. Ist ja klar. Autos werfen ja eine hohe Rendite ab, oder? Nein, Autos werfen eben keine Rendite ab. Autos sind Konsumgüter, die sind verschwunden, außer Ferrari. Aber so viele Ferraris haben wir ja nicht exportiert. Autos sind Konsumgüter, die sind alle verschwunden in 30 Jahren. Und wer zahlt dann die Rente? Tja, das ist die große Frage. Ich sage das noch mal in absoluten Zahlen, damit es vollkommen klar wird, was da vor sich geht. In diesem Jahr, das ist jetzt noch nicht hier aufgemalt, aber das ist fast wie das letzte Jahr, in diesem Jahr versuchen die Deutschen, 250 Milliarden zusätzlich zu sparen. Zusätzlich, muss man immer bedenken. Alles geht hier um jedes Jahr, um die Entwicklung in jedem Jahr. 250 Milliarden versuchen die Deutschen, die drei Sektoren, insgesamt zusätzlich zu sparen. Zu all den Ersparnissen, die es schon gibt, die wir gerade behandelt haben, die da in den Autokäufen untergegangen sind. Und dafür brauchen sie, damit das funktioniert, und mit 1% Wachstum in Deutschland rauskommt, brauchen sie 250 Milliarden natürlich neue Schulden im Ausland. Neue Schulden im Ausland. Klar, ne? Ist doch gut, oder? Ja, Deutschland braucht, um zu funktionieren, jedes Jahr 250 Milliarden neue Schulden. Zu all den Schulden, die schon da sind. Zu den paar Billionen, die wir schon an Schulden oder an Forderungen aufgetürmt haben und gegen den Ausland brauchen wir 250 Milliarden neue Schulden, damit diese deutsche Wirtschaft funktioniert. Und wer redet darüber in Deutschland? Da müsste doch Frau Merkel und der deutsche Finanzminister müssten jeden Tag darüber reden. Es dürfte kein anderes Thema geben. Nämlich, das Thema müsste heißen, wie kommen wir denn weg davon, dass die Ausländer alle unsere Ersparnisse kriegen und wir am Ende wissen, dass wir da keine Rente davon bezahlen, dass davon keine Rente bezahlt werden kann. Das müsste das Thema sein. Aber wer redet darüber? Niemand. Alle sagen, nein, ist ja gut, dass wir Leistungsplatzüberschüsse sind, ja gut, die müssen wir haben. Wir sind ja das geborene Überschussland. Nur die anderen sind nicht die geborenen Schuldner. Das ist das kleine Problem. Ich habe diese Grafiken in Italien vorgeführt am letzten Wochenende. Hätte ich dann sagen sollen, guck mal, ihr Italiener, ihr seid die geborenen Schuldner, ihr müsst Schulden machen, damit wir überleben können, damit wir sparen können. Dann hätten die gesagt, hier, nicht mehr ganz klar im Kopf, Mann. Ja. Ja, man muss sich mal in die Lage der anderen Länder versetzen. Die Deutschen sagen, ja, aber unsere Überschüsse sind ja kein Problem. Nein, die Überschüsse sind kein Problem. Einzige Problem sind die Defizite der anderen. Aber es gibt leider keine Überschüsse bei uns ohne Defizite der anderen. Deswegen sind die Überschüsse ein Problem. Das müssen wir begreifen. Und wenn wir das nicht begreifen, ist Europa tot. Wir haben nur so ungefähr anderthalb Jahre, es zu begreifen, dann ist Europa tot. Weil dann in Italien, in Frankreich Regierungen gewählt werden, die explizit das Ziel haben, aus diesem Irrsinnenssystem auszusteigen. Machen wir uns nichts vor. Die nichts anderen Sinn haben. Ich habe es in Italien am Wochenende immer ganz brutal gesehen. Da bilden sich Koalitionen von ganz links bis ganz rechts. Und die sagen, wir haben nur ein einziges Ziel, nämlich wir bilden sozusagen eine Art Kriegskoalition. Diese Kriegskoalition hat nur ein Ziel, nämlich aus dem Euro auszusteigen und unabhängig von den Deutschen zu werden. Sonst kein Ziel. Och, und wir machen immer so weiter. Wir machen dieses Jahr 250 Milliarden. Ich bin ganz sicher, wenn Herr Gabriel, kennen Sie den, den sogenannten SPD-Vorsitzenden? Ja, eine sozialdemokratische Partei, die müsste sich ja vielleicht mal nicht nur die Internationale singen, sondern internationale Gedanken machen. Und der wird im nächsten Januar, ich kann es heute schon prognostizieren, wird er wieder seinen Jahreswirtschaftsbericht als Wirtschaftsminister vorlegen. Und was wird drinstehen? 250 Milliarden neue Schulden für die Ausländer. Der Sachverständigrat hat das vorgestern schon getan. Ohne Kommentar. Klar. Und im Jahr drauf natürlich wieder, weil anders geht es ja nicht. Ist ja logisch. Und dann kommt das Allerschlimmste. Dann sagen wir diesen Ländern auch noch, wir sagen den anderen Ländern nicht nur, wir sagen ja nicht nur, ihr seid faul und ihr seid dumm und ihr habt alles nicht verstanden und wir sagen euch jetzt mal, wo es längst geht. Nein, wir sagen ja noch, sie sollen so werden wie wir. Sie sollen alle so werden wie wir. Sie sollen auch ihre Schulden abbauen. Sie sollen jetzt alle ihre Schulden abbauen. Ist so ganz logisch. Sie sollen sich mal anstrengen. Und also muss man den Gürtel enger schnallen, wie Deutschland das 2000er Jahre gemacht hat. Den Gürtel enger schnallen. Und dann wird alles gut. Dann geht es in Europa gut. Klar, wenn die jetzt ihre Schulden zurückzahlen, ist ja ganz einfach, was passiert dann? Und wenn sie Schulden zurückzahlen müssen, was machen sie dann? Dann müssen sie sparen. Dann müssen sie weniger ausgeben, weil sie einnehmen. Anders geht es nicht. Das ist wieder reine Logik. Man kann nicht Schulden zurückzahlen, wenn man neue Schulden macht. Also muss man dann sparen. Das heißt aber, da geht die rote Linie nach oben, über Null. Und dann? Tja. Jetzt wissen wir ja, dass das nicht geht. Die rote Linie kann nicht über Null, wenn nicht eine andere Linie darunter geht. Also müsste man doch wenigstens, wenn man schon solche verrückten Forderungen stellt, müsste man doch wenigstens die Frage stellen, ja, wer soll sich denn dann verschulden? Es muss sich dann ja jemand in Deutschland verschulden, wenn die Ausländer sich nicht mehr verschulden. Ja, wer soll es denn sein? Tja. Man könnte ja sagen, machen wir es wie in den 60er Jahren. Die deutschen Unternehmen sollen sich verschulden. Die deutschen Unternehmen haben ja ausweislich dieser Zahlen, die sind ja nicht von mir, sondern von der Deutschen Bundesbank, ausweislich dieser Zahlen haben die deutschen Unternehmen so viel Geld, dass sie es auf die Bank tragen, weil sie nicht wissen, wohin damit. Das ist eigentlich nicht die Funktion von Unternehmen, Geld auf die Bank zu tragen. Also haben sie zu viel Geld. Könnte man daraus folgern, erhöhen wir die Steuern für die Unternehmen, nehmen ihnen Geld ab und vielleicht investieren sie dann mehr und verschulden sich, wie in den 60er Jahren. Und wenn man sich das nicht zutraut, wenn sich kein Politiker zutraut, sich hinzustellen, sagen sie, ich erhöhe jetzt mal die Unternehmenssteuern, wir verdoppeln die Unternehmenssteuern. Übrigens hat Rot-Grün die Unternehmenssteuern Anfang der 2000er Jahre halbiert. Man hat die Unternehmenssteuern halbiert. Ja, warum hat man die Unternehmenssteuern halbiert? Ja, nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil man sich was erwartet hat. Was hat man denn erwartet von der Halbierung der Unternehmenssteuern? Ja, dass die Unternehmen auf Däufe kommen raus, investieren. Und was tun sie? Das Gegenteil. Sie investieren so wenig wie noch nie zuvor. Aber sie tragen Geld zur Bank. Also müssen sich doch alle, die damals beschlossen haben, die Unternehmenssteuern zu halbieren, müssen sich doch hinstellen und sagen, jetzt erhöhen wir, wir verdoppeln die Unternehmenssteuern. Schauen wir mal, was passiert. Bei Investitionen kann ja nichts Negatives passieren, denn Investitionen haben mit Steuern ja offensichtlich nichts zu tun. Ja, vielleicht verschulden sich dann die Unternehmen. Ja, wäre doch schön. Nur wenn man das in Deutschland auch nur anfängt zu denken, dann gehen schon alle Klappen runter und man ist sofort ein linker, böser Kommunist, der das Land zerstören will. Ja, und Herr Gabriel denkt jetzt darüber nach, mal wieder Steuererleichterung für Unternehmen zu machen. Ist klar, nichts einfacher ist das. Machen noch mal Steuererleichterung für die Unternehmen, damit die Unternehmen noch mehr Geld haben und noch mehr Geld auf die Bank tragen. Ja, so wird in Deutschland diskutiert, sind sie. Nicht mal in Kenntnis der wichtigsten buchhalterischen Zusammenhänge. Nicht mal in Kenntnis der Buchhaltung, die es in diesem Land gibt. Ja, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Der Staat könnte sich auch verschulden. Aber nein, das haben wir in die Verfassung geschrieben. Der Staat darf sich überhaupt nicht verschulden. Klar, der Staat darf sich nicht verschulden. Das ist das Allerschlimmste, wenn der Staat sich verschuldet. Ja, aber wenn die anderen sich nicht verschulden, wenn man den privaten Haushalten nicht ausreden kann, sich zu sparen, und das wird sich auch niemand trauen, den privaten Haushalten zu sagen, hört mal auf mit dem blöden Sparen, und man den Unternehmen nicht traut, Geld abzunehmen, ja, dann muss sich einer verschulden, wenn die anderen ihre Schulden abbauen sollen. Dann muss der Staat sich verschulden. Aber wir haben doch in die Verfassung geschrieben. Ja, was ist die Verfassung? Dann ist die Verfassung gegen die Logik. Und wer gewinnt, wenn die Verfassung gegen die Logik ist? Nun, ich kann es Ihnen sagen. Immer die Logik, nicht die Verfassung. Verfassung ist vollkommen uninteressant, wenn sie gegen die Logik geht. Denn wir können ja dann unsere Verfassungsrichter, wenn dann klagen, dann kommen die Klagen. Wenn der Staat sich jetzt verschuldet, dann kommen die Klagen vom Verfassungsgericht. Wird das Verfassungsgericht sagen, nein, Staat, du musst deine Verschuldung wieder abbauen. Dann können wir mal die Verfassungsrichter um die Welt schicken. Ich würde denen dann eine Weltreise spendieren. Und dann reist man um die Welt, reist man in alle Länder, die Schulden machen. Und dann erklärt er denen, dass wir keine Schulden machen dürfen. Nur die anderen müssen immer Schulden machen. Das wird eine lustige Veranstaltung. So viel Wein können die gar nicht trinken, um das zu ertragen, die Verfassungsrichter, was sie da hören von den anderen Ländern. Ja, es ist absurd. Es ist unglaublich absurd. Die Schuldenbremse in der Verfassung war die größte, dümmste Einzelentscheidung, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen hat, gesetzgeberisch. Es war abwegig, abartig zu denken. Man kann, ohne zu bedenken, was in dem Rest der Welt und in dem Rest der Wirtschaft passiert, kann der Staat immer seine Schulden auf Null halten. Das ist vollkommen unmöglich. Jetzt werden Sie sagen, wie wird es denn passieren am Ende? Wie kommt es denn dann dazu? Nun, ich kann Sie sagen, wie es passiert. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Wir werden das nicht begreifen. Ich glaube nicht, dass wir das in anderthalb Jahren noch begreifen werden. Wer sollte es denn sein? Wer sollte denn da vorangehen und es denn dem deutschen Bürger klar machen? Wenn wir es nicht begreifen, dann werden die anderen uns begreiflich machen. Wie machen die das? Nun, sie steigen aus dem Euro aus, ganz einfach. Sie steigen aus dem Euro aus und sie führen eine eigene Währung ein. Und dann passiert das, was Deutschland mit Gewalt verhindern will, nämlich die blaue Kurve da unten, die deutsche Kurve, die schießt dann nach oben, aber innerhalb von ein paar Tagen um 50 Prozent oder so. Sodass die anderen plötzlich wettbewerbsfähig sind und Deutschland alle Wettbewerbsfähigkeit verloren hat, über Nacht. Das ist genial. Ja, das ist dann der größte Schock, den man sich denken kann. Denn eine Wirtschaft kann sich an vieles anpassen, aber sie kann sich nicht an solche Preisänderungen über Nacht anpassen. Genau das, was eine Marktwirtschaft nicht kann, das werden wir dann erleben. Warum? Weil wir so blöd sind, ein paar Jahre in die Zukunft zu denken und zu sehen, dass es so nicht weitergeht. Denn was man jetzt machen könnte, wenn man halbwegs intelligent wäre, dann würde man sehen, dann würde man sagen, guck mal, wenn wir jetzt dieser Wirtschaft zehn Jahre Zeit geben und dafür sorgen, dass unsere Löhne steigen, mit politischem Druck eingreifen in die Tarifverhandlungen, denen sagen, jetzt werden die Löhne erhöht, auf Däufen kommen raus. Das geht alles. Oh, es geht unheimlich viel auf dieser Welt. Dann hätten wir die Chance, diesen ganzen Prozess über zehn Jahre zu strecken. Der deutsche Export wird natürlich verlieren, er muss verlieren. Deutschland hat eine vollkommen absurde Produktionsstruktur. 50 Prozent Export am Bruttoinlandsprodukt ist absurd. Also der Export wird reduziert werden, aber wir können es dadurch abmildern, dass wir mehr importieren. Es geht ja nicht darum, dass wir weniger exportieren, sondern es geht um den Saldo, den Abbau des Saldos. Also müssen wir mehr importieren. Aber wenn wir die Löhne erhöhen, können wir natürlich mehr importieren. Wenn der Staat sich dann noch verschulden würde, ein massives Investitionsprogramm für Bildung und Infrastruktur und Umwelt und was weiß ich alles auflegt, dann kriegen wir noch mehr Importe. Dann können wir das Ganze abmildern, können wir es in die Zukunft schieben, den Anpassungsprozess. Aber wenn wir das alles laufen lassen, genau bis zu dem Punkt, wo Italien und Frankreich erst im Euro aussteigen, dann kann man in Deutschland, ja, ganze Landschaften können sich dann zur Ruhe betten, weil sie keine Arbeitsplätze mehr anbieten. ja, überleben bei einer so absurden Struktur. Wenn der deutsche Export runter, der wird wieder runtergeschossen, dann von 50 auf 30 Prozent innerhalb von ein paar Monaten. Das bedeutet ein paar Millionen Arbeitslose in Deutschland über Nacht. Und das ist alles Ihre Zukunft. Das sind alles Sie von betroffen, weil Sie dann Jobs haben oder Jobs suchen und wir vollkommen blind in diese Entwicklung hineinrennen. Und deswegen sage ich es nochmal, es müssen alle darüber nachdenken. Es ist ein Problem, was uns alle angeht, wir müssen alle darüber nachdenken und versuchen laut und fest an die Käseglocke zu klopfen. Vielen Dank. Fragen, ja? Ich kann das, ja, ich mache das gerade. Dann jetzt Fragen. Fangen wir mit dem Herrn an, der vorhin schon fragen wollte, Sie wollen Sie jetzt, bitte. Meine Frage ist, Sie haben uns also da gestellt, dass ein Großteil der deutschen Sparer in den europäischen Sparer in den Euro-Staaten auch in den Schulden auftauchen. Prinzipiell haben wir ja durchaus andere Kapitalmärkte auch. Auch, ja. Und da wird ja dadurch ein anderes Wachstum herrscht, auch wenn es nicht mehr die Sparerwürde in den Kino von 12, 15 Prozent, ja, das stimmt. Es wird doch mehr Kapital genötigt. Das heißt also, wie, ich bin noch nicht in Böde, wie hoch ist tatsächlich die große, der häufigsten Sparer in den Euro-Staaten im Vergleich zu den Staaten? Ja, ja. Nein, also wenn man über die letzten 20 Jahre es aufkumuliert, ist der größte Schuldner die USA. Dann haben aber in den letzten 10, nee, 15 Jahren dann die Euro-Schulden dramatisch zugenommen. Seit der Krise nehmen die Euro-Schulden nicht mehr so stark zu. Wir haben jetzt nur noch einen Leistungsüberschuss mit Euroland von 50 Milliarden pro Jahr. Immer noch, auch noch, mit Euroland. Aber das ist nicht mehr so viel, wie es mal war. Das ist vollkommen richtig. Aber das ändert ja nichts an dem Problem. Auch die anderen wollen nicht auf Dauer Schuldner sein. Auch die USA. Die USA kritisieren am aggressivsten von allen Ländern dieser Welt Deutschland wegen seiner Überschüsse. Und ich kann Ihnen sagen, das wird einige hier freuen, TTIP wird es nicht geben, ohne dass Deutschland seine Überschüsse abbaut. Und wenn Deutschland seine Überschüsse nicht abbaut, wird es kein TTIP geben, in meinen Augen. Aber insofern, aber das nützt nichts. Es nützt nichts, zu sagen, wir müssen, wir sind nicht nur, wir haben nicht nur Forderungen gegenüber der Eurogruppe, sondern anderen. Denn was passiert? Die anderen Länder in Europa müssen ja wieder auf einen grünen Zweig kommen, auf ein Wachstum kommen. Wenn die aber jetzt wieder wachsen sollen, bei diesem Wettbewerbsdifferenzial zu Deutschland, werden sie als nächstes wieder Schulden machen müssen. Das geht nicht anders. Deswegen muss diese Lücke muss weg. Nur wenn diese Lücke weg ist, dann gibt es eine Chance, dass die anderen wieder normal wachsen. Das wird nie eine völlig schuldenfrei Entwicklung, also zwischen Ländern. Es wird immer, einige werden ein bisschen Defizite und Überschüsse haben. Wir haben es ja gesehen, in den 60er Jahren gab es sowas auch schon. Aber es war eben nicht so dramatisch wie heute. Es gab auch in den 60er Jahren schon kleine Überschüsse und Defizite. Das ist unproblematisch. Aber diese gravierende Entwicklung, dass ein großes Land, das drittgrößte Industrienation, sich nur auf Überschüsse kapriziert, das kann nicht funktionieren. So, jetzt der Nächste. Ich glaube, davor der junge Mann und dann Sie da oben. Ja, dann Sie oben. Bitte. Wenn ich es so richtig verstanden habe, sind die Lohnstückkosten ein großer Faktor, die wir zum nächsten Mal haben. Sie hat auch erwähnt, dass Sie, ja, von dem entsprechen auch die Gewerkschaften nicht schuld an der Situation, wie Sie heute vorführen in Deutschland. Und Sie haben angesprochen, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen ergriffen werden können, um Lohnerhöhung zu erzwingen. Es wäre eine sehr mitfusionierte Wirtschaftspolitik in Deutschland. Was würden Sie da vorschlagen? Naja, erst mal wäre es nicht revolutionär, weil den Lohndruck hat ja auch jemand gemacht. Den haben ja nicht die Gewerkschaften erfunden, sondern der kam von der Politik. Machen wir uns nichts vor. Man hat massiv die Kampfbereitschaft und die Kampffähigkeit der Gewerkschaften eingeschränkt durch Hartz IV und Agenda 2010 und so weiter. Und man hat auch zusätzlich noch direkten Druck auf die Tarifverhandlungen gemacht im Bündnis für Arbeit, dass die deutschen Löhne nicht so stark erhöht werden. Das kann man auch umdrehen. Das kann man genauso wieder umdrehen. Es gibt zwar Tarifautonomie, um das mal brutal zu sagen, heißt ja aber nur, dass alle am Ende unterschreiben. Ob freiwillig oder nicht, steht da nicht. Steht nicht in der Tarifautonomie. Ja, es gab damals auch keine Tarifautonomie. Diese ganze Entwicklung wurde gemacht über die Tarifautonomie hinweg. Und kein Mensch hat gesagt, Deutschland darf das alles nicht tun, darf diesen Lohndruck nicht machen wegen Tarifautonomie. Niemand hat es gesagt. Jetzt entdecken Sie plötzlich die Tarifautonomie. Aber wie gesagt, man kann auch sagen, es ist unrealistisch. Und ich stimme sofort zu, wenn man sagt, diese Entwicklung hinzukriegen, ist unrealistisch. Ich sage nur, was die Alternativen sind. Die Alternativen sind tausendmal schrecklicher, als in die Tarifautonomie hier einzugreifen via Staat und dafür zu sorgen, dass die Löhne steigen. Denn der Lohnanstieg wird kommen. Der wird hundertprozentig kommen. Aber er kommt dann eben sozusagen gerechnet in internationale Währung. Ohne dass unsere Löhne steigen müssen, wird die neue deutsche D-Mark wird dann aufwerten. Oder der Nord-Euro, wie immer man es nennen will. Ist völlig egal. Der Herr da oben, bitte. Die Frage, die Sie mir stellen, ist, warum hält man an der EZB an den 2%-Inflation kräft? Ist das unklar? Warum ist Inflationsvorgang? Naja, die 2%-Inflation, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, war einfach die normale, das war das deutsche Inflationsziel, war 2%. und man hat sich einfach, warum man 2%-Inflation macht, hat unheimlich viele Gründe. Die ganze Welt macht 2%-Inflation, immer aus dem gleichen Grund, weil es Messfehler in der Statistik gibt. Das ist der wichtigste Grund. Es gibt Messfehler in der Statistik, die dazu führen, wenn man Null macht, hat man schon Deflation. Man misst also immer ein bisschen sowieso schon zu wenig und deswegen hat man gesagt, machen wir eine Sicherheitsmarge von 2%. Man sieht ja jetzt auch, bei Null wird es auch deswegen schnell kritisch, weil die Notenbank nicht mehr agieren kann. Wenn die Notenbank die Zinsen auf Null gesetzt hat, unter Null geht einfach schlecht und deswegen hat man gesagt, machen wir eine leicht positive Inflationsrate. Aber das ändert ja nichts, das Ziel ändert ja nichts, wenn man das jetzt ändert. Das ändert ja nichts an dem Zusammenhang. Das ist ja, hätte man Anfang der 2000er Jahre, hätte man natürlich sagen können, wir machen keine 2%-Inflation, sondern nur 1% oder 0%. Dann hätte jeder gesagt, nein, das ist doch verrückt, warum sollen wir denn 1% oder 0% machen wegen dieser Deflationsgefahr? Aber dann hätten die anderen sich angepasst oder nicht. Dann hätte es das gleiche Problem wahrscheinlich wiedergegeben. Deutschland hätte versucht, darunter zu bleiben. Also lösen, ändern tut das nichts. Jetzt der junge Mann hier vorne, gerne hinten nochmal. Bitte. Man kann ja sagen, dass das Euro-System extrem starkes Wechselkurssystem ist, weil dann braucht es kein Wechselkurssystem, der nicht flexibel ist. Ja, auch nicht, dass so ein System, also die Währung von dem letzten Endes, überhaupt nicht liegen kann. Da gibt es immer von einem Fehler in die Situation in Deutschland. Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich sagen, wenn ich meine eigene Geschichte betrachte, ich habe gedacht, es wäre möglich. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es wäre möglich. Ich muss mich korrigieren, es ist offensichtlich nicht möglich. Ich dachte wirklich, der Euro wäre eine Chance, zur Vernunft zu kommen, sozusagen auf allen Seiten und nicht zu versuchen, Wettkampf der Nationen zu betreiben oder sich gegenseitig runter zu konkurrieren. Aber das Erste, was passiert ist, nachdem wir die Währungsunion haben, diese Wettkampf der Nationen-Idee, gefördert von Herrn Henkel und anderen, wurde stärker als jemals zuvor. Und dann kam dieser Irrsinn mit dem Lohndumping und dann kam noch das Steuerdumping dazu. Es geht offensichtlich nicht. Es geht vermutlich nicht. Und deswegen plädiere ich heute für ein System, wo man auf- und abwerten kann, es nicht dem Markt überlässt, aber auf- und abwertet, sodass von vornherein solche Konstellationen nicht entstehen können. Das Schlimme ist, wenn eine solche Konstellation mal da ist, die ist praktisch nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Das ist das, ich habe ja versucht zu erklären, über Lohnsenkung geht es praktisch nicht, weil die Länder sich kaputt machen über Lohnsenkung. Und wenn man keine Abwertung hat und über Abwertung ist es relativ leicht, weil man ja nicht das gesamte Niveau der Löhne absenken muss, sondern nur die Löhne sozusagen im Vergleich zum Ausland sinken. Jetzt muss ich aber, nur ganz kurz, wenn Sie waren schon mal dran. Wenn ich Ihre Grafik vom Anfang wirklich in Erinnerung habe, habe ich de facto die Eklation trotz Geldbringende erweitert. Ja. Warum bringt doch der Konsum jetzt nicht zusammen, was für ein klassischer Volkswirtschafts wäre eigentlich der Fall sein müsste? Nein, der ist ja, der Konsum, ich gucke noch mal, wo ich die Grafik habe. Nun, der Konsumzusammenbruch ist eine große Sache, aber der Konsum stagniert. Warum ist die europäische Wirtschaft so schwach? Nun, weil der Konsum stagniert, weil wir überall Druck auf die Löhne haben und der Druck auf die Löhne schlägt sich dann in der Deflation nieder. Das Einzige, was mal ein bisschen Entlastung gebracht hat in diesem Jahr, war ja, war die Ohlpreissenkung. Machen wir uns nichts vor. Die hat ja noch eine gewisse Entlastung gebracht, wiederum zulasten anderer. Ist auch ein Nullsummenspiel für die ganze Welt. Die Saudis haben verloren und wir haben gewonnen, aber das hat ein bisschen Konsumzuwachs gebracht. Aber ansonsten haben wir eben durch diese Deflation und durch diese Wettbewerbslücke einen dauernden Druck auf die Löhne in ganz vielen Ländern, nicht nur im Euro-Raum, auch außerhalb des Euro-Raums. Wenn Sie in Osteuropa schauen, überall ist massiver Druck auf den Löhnen und deswegen kann sich die Wirtschaft nicht entwickeln. Deswegen kommen wir nicht voran, weil die Leute einfach keine positiven Erwartungen haben, sondern immer erwarten, es stagniert alles und dann stagniert es auch wirklich. Jetzt war der junge Mann hier in der Mitte und dann da oben. Ich sehe erst mal hier vorne. Wenn jetzt der Euro auch geschafft wird, löst sich dann das System von Sparen und Schulden einfach auf? Nein, es wird dann neu justiert. Wenn Deutschland keine Überschüsse mehr machen kann, die Überschüsse werden dann verschwinden, dann muss denn jemand in Deutschland Schulden machen. Wer macht dann Schulden? Muss man dann wieder entscheiden. Also dann geht die Erwartung nicht mehr ins Ausland. Nein, das Ausland ist ja dann zu, denn das Ventilausland wird sozusagen verstopft oder das Lochausland wird verstopft und dann muss man, muss irgendjemand in Deutschland Schulden machen oder die Wirtschaft geht in den Boden. Man muss sich das immer so vorstellen, wenn die Ersparnisse sind, sind ein echtes Problem für die Wirtschaft. Warum? Weil dem Kreislauf der Wirtschaft dauernd 10 Prozent sozusagen Material entzogen wird, Einkommen entzogen wird. Wenn die Leute das auf die Bank tragen. Auf der Bank bringt das Geld ja nichts. Es muss jemand von der Bank nehmen, muss sich also verschulden in Höhe der Ersparnisse mindestens und dieses Geld ausgeben, hoffentlich investieren, aber wenigstens ausgeben, damit es wieder in die Wirtschaft zurückkommt. Und das Problem muss immer gelöst werden, völlig unabhängig davon, was im Ausland passiert. Wenn wir das Ventilausland zumachen, dann muss jemand sich in Deutschland verschulden. Da wollen wir mal schauen, wer sich dann verschuldet. Bin ich mal gespannt. Im Zweifel wird es der Staat sein. Es muss zunächst mal wird es der Staat sein, weil was passiert, ist ja der Prozess, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Es gibt 5 Millionen Arbeitslose zusätzlich und die muss natürlich der Staat finanzieren, also steigen seine Schulden ganz ungeheuer. Das ist der normale Prozess, der dann passiert. Und dann muss man überlegen, was man dann für Wirtschaftspolitik macht. Dann braucht man sehr kluge Wirtschaftspolitiker, die wir dann leider wieder nicht haben gerade. Bitte schön. Ja, wie gesagt, dann wird man den Artikel in der Verfassung schwärzen und zur Seite legen. Ja, das spielt dann keine Rolle. Außerdem steht da drin, in Notsituationen kann der Staat dann doch, also dann zieht man diese Notfallklausel und sagt, aber die muss man dann für 20 Jahre ziehen und es wird keine einfache Rückkehr geben zu dem, wo man sich jeden Tag darüber freut, dass man eine schwarze Null hat. Das gibt es dann nie mehr. Ja, bitte nochmal. Ja, bitte nochmal. Ja. Naja, klar. Gut, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, bin nicht der Meinung, dass die Europäische Union vollkommen reformunfähig ist und vor allem ist es komisch, wenn man das aus Deutschland her sagt. Denn derjenige oder diejenigen, die bisher jede Bewegung in Europa blockiert haben, war Deutschland. Also wenn Sie Deutschen sagen, Europa ist reformunfähig, dann würde ich immer als Europäer sagen, nur dann geht mal nach Berlin, macht mal eine schöne Demonstration und zeigt mal Eure Regierung, was eine Hake ist und dann wollen wir sehen, ob Europa reformunfähig ist. Wir müssen, Deutschland muss sich ändern. Deswegen heißt mein letztes Buch, heißt übrigens, nur Deutschland kann den Euro retten, weil Deutschland muss sich ändern, nicht die anderen müssen sich ändern, Deutschland muss sich ändern. Das ist der zentrale Punkt und das sollten wir nicht den anderen in die Schuhe schieben. Ganz viele dieser Regeln, die da beschlossen worden sind, sind alle mit Deutschland oder auf Druck Deutschland sogar passiert. Jetzt, wer war jetzt der Nächste? Hier unten war noch jemand, oder? Ja, bitte schön. Warum wird dieses Auslandsentnehmen gestoppt, wenn der Euro zu Ende ist? Nicht der Euro, wenn der Euro zu Ende ist, weil dann Frankreich und Italien einen Südeuro anführen, sagen wir mal, die einigen sich darauf, einen Südeuro anzuführen. Was werden die tun? Was wird passieren mit dem Südeuro? Nun, der wird abwerten gegenüber der D-Mark. Das heißt, die werden billiger, um 40, 50 Prozent billiger und Deutschland wird entsprechend 40, 50 Prozent teurer. Und deswegen habe ich gesagt, wird diese blaue Kurve, die deutsche Kurve, dann in internationaler Währung gerechnet. Wenn ich dann in Dollar rechne, wird Deutschland plötzlich 50 Prozent teurer sein. Da sind die deutschen Löhne überhaupt nicht erhöht worden. Da ist nichts passiert mit den deutschen Löhnen. Aber internationaler Währung werden wir teurer. Das ist der normale Mechanismus, den man außerhalb von Währungsunionen hat. Italien hatte früher, um das mal zu sagen, immer so 10 Prozent Inflationsrate und Deutschland hatte zwei. Was ist dann alle paar Jahre passiert? Nun, die italienische Lira wurde abgewertet, um das wieder auszugleichen. Und diese Lücke, die da entstanden ist, dauernd durch die höhere Inflation in Italien, die geringere in Deutschland, entsteht ja dauernd eine Wettbewerbslücke, weil die italienischen Produkte auf Dauer zu teuer werden. Und das wurde dann alle vier, fünf Jahre korrigiert durch eine Abwertung der Lira. Und dann war es wieder gut. Ohne große, ohne gewaltige Krise jedenfalls war das möglich. Und da müssen wir eben, das hat der Kollege drüben gesagt, da müssen wir wahrscheinlich wieder hin, weil es anders in der politischen Wirklichkeit nicht geht. Ja, bitte. Sie hatten ganz am Anfang gesagt, dass die USA die Arbeitszahlen stark gesenkt hat. Ja. Sind das tatsächliche Zahlen oder warum sind das dorthin orizielle Zahlen? Ja. Ich habe mal gehört, dass die USA wohl ganz extrem die Langzeitarbeitsloser aus den Statistiken löschen. Insofern ist die Frage, ist das eine reale Zahl oder die offizielle Zahlen? Ja, es gibt nur die offiziellen Zahlen. Die realen Zahlen gibt es leider nicht. Das ist auch bei uns so. Das ist hier, in der Grafik gilt für alle Länder. Auch in Europa ist die reale Zahl sozusagen viel höher als die offizielle. Klar, das ist in allen Ländern so. Aber man kann nicht bestreiten, dass die USA es immerhin geschafft haben, mehr Beschäftigung, für mehr Beschäftigung zu sorgen und die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Auf meiner Seite Flassbeck Economics gibt es am Montag vermutlich einen sehr langen Bericht von einem Kollegen aus den USA dazu. Können Sie das nochmal im Einzelnen nachlesen? Jetzt der Kollege da oben und dann Sie nochmal. Bitte. Sie haben ja schon gesagt, dass man politischer Ebene ändern könnte oder auch größer Ebene. Was hältst du denn? Da glaubst du auch eine Entwicklung für uns, die wichtig sind, für uns zu halten? Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Engagement ist wichtig. Man darf das nicht den Ökonomen einfach überlassen. Ich sage ja nicht, dass das, was ich erzähle, die Wahrheit ist. Aber man muss das wenigstens diskutieren. Es ist so offensichtlich, dass man das wenigstens diskutieren sollte. Es wird aber nicht ernsthaft diskutiert, weil die deutschen Ökonomen nicht bereit sind, ernsthaft sich auseinanderzusetzen mit solchen Fragen. Das, was ich jetzt hier erzähle, ist im angelsächsischen Raum Mainstream. Lesen Sie mal, was Volker Münchau, ich glaube, Montag, der war in England, Volker Münchau, kennen Sie, der Spiegel Online-Kolumnist, lesen Sie mal, was der geschrieben hat über eine Konferenz in England, die er besucht hat, letzte Woche auch, wo ich in Italien war. Nun, das Ergebnis war, Deutschland ist schuld. Im angelsächsischen Raum hat sich diese Meinung 100 Prozent durchgesetzt. Und in Frankreich setzt sich durch und in Italien auch. Und wenn wir das nicht mitkriegen, wenn wir nicht mitkriegen, was da passiert, dann kommt eine Lawine auf uns zu, die uns am Ende verschüttet oder jedenfalls gewaltigen Schaden anrichtet. Und was ich sage, ist, denkt darüber nach und engagiert euch. Da wir politische Parteien haben, die so träge sind und so ignorant sind, dass sie das einfach beiseite schieben, muss man sich engagieren. in unseren Gastgeberorganisationen, Attac oder auch bei Gewerkschaften, bei Parteien, die offen für solche Fragen sind wie die Linke. Die Linke ist offen. Ich war am Montag in Berlin, ich bin kein Mitglied der Linken und habe nur Verbindungen über meinen früheren Kompagnon Oskar Löffentäne dahin. Aber die Linke setzt sich drei Stunden mit mir hin und diskutiert diese Fragen, genau diese Fragen. Das ist, finde ich, sehr, also die Fraktion, die Bundestagsfraktion. Und keine andere Partei tut das, weil sie glauben, sie haben das nicht nötig. Auch da gibt es Widerspruch, auch bei der Linken gibt es viel Widerspruch gegenüber das, was ich sage. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man zunächst mal bereit sein muss, es zu diskutieren. Und darum geht es. Jetzt war, weiß ich nicht mehr. Also Sie nochmal, dann der Kollege oben hier ist aber nochmal, Sie waren aber auch schon mal, jetzt machen wir nochmal. Also dann fangen wir da oben an nochmal und dann hier, die drei jungen Leute, bitteschön. Das habe ich ganz vergessen. Das ist auch wichtig. Danke für das Stichwort. Es gibt jetzt an vielen Universitäten, ich war in den letzten Wochen an vielen Universitäten und ich war in der Regel eingeladen von sogenannten Plurale-Ökonomik-Gruppen, wo sich Studenten zusammentun und Studenten dafür sorgen, dass es eine Diskussion über eine Plurale-Ökonomik gibt, also eine breit gefächerte und wo unterschiedliche Meinungen zu Wort kommen. Das finde ich eine unglaublich wichtige Initiative. und es führt jedenfalls an einigen Universitäten, hat es schon dazu geführt, an der FU in Berlin habe ich das erlebt, dass die Studenten selbst organisieren, eine Ringvorlesung, die prüfungsrelevant ist, wo die Studenten selbst das Examen stellen und alles selbst machen, aber einladen tun sie externe Wissenschaftler, die dort vortragen. Und ich war da auch am 1. Juli und das finde ich eine unglaublich gute Idee, einfach andere Ideen an die Universität sozusagen zu zwingen oder zu bringen, damit das nicht alles immer im eigenen Saft da kocht. Jetzt waren Sie nochmal, bitteschön. Wenn jetzt in eineinhalb Jahren ist es für Europa zu schaffen, was ist das mit den Schulden, die ich im Achtung habe? Die zahlt niemand mehr zurück oder in neuer Währung. Wenn ich aussteigen würde aus der Währungsunion als französische Regierung, was würde ich tun? Ich würde sagen, die Schulden, die ich jetzt habe, behalte ich, aber ihr kriegt die zurück in Nouveau-Franc oder in Südeuros, aber nicht mehr in Nordeuros. Das ist doch klar. Also halbiert. Die Hälfte. Sie haben vorher gesagt, dass wir 295 Milliarden Schulden haben. Jedes Jahr. Die anderen. Aber die Welt, die ganze Welt, haben wir ja gerade eben diskutiert. In den Ländern ist es unterschiedlich. Aber es gibt ja hohe Bestände. Wir haben ja in den letzten Jahren gegenüber der Welt, aber eben einen erheblichen Teil auch gegenüber Europa, 2,5 Billionen, 2.500 Milliarden Forderungen aufgebaut. Und auch die werden wir nicht alle zurückkriegen. Es ist einfach unmöglich. Auch die Amerikaner werden, ich bin mal gespannt, wie lange die diesen starken Dollar hinnehmen. Das ist für die Amerikaner auch tödlich. Sie werden das nicht hinnehmen, sondern sie werden dafür sorgen, dass der Dollar auch wieder schwach wird. Wir haben ja sowieso schon den Versuch in der ganzen Welt, die Währung, die eigene Währung abzuwerten. Die Japaner wollen abwerten, die Europäer wollen abwerten, alle wollen abwerten. Nur alle können nicht abwerten. Das geht leider nicht. Das geht wieder gegen die Logik. Einer muss immer aufwerten. Mindestens einer muss aufwerten. Und das ist im Moment der Dollar. Und es ist die Frage, wie lange die Amerikaner das bereit sind, hinzunehmen. Das ist eine spannende Sache. Wie gesagt, der schärfste Kritiker der deutschen Überschüsse sind die Amerikaner, international, die G20 und sonst wo. Jetzt waren Sie noch mal. Ja, genau. Sie hatten ja gerade von dir wohl, dass Deutschland ganz rechtliche Aussatzfreude und in den Ausländen muss man sehr stark auf Export ausgerichtet werden. Ja. Ja, das ist genau der Punkt. Ja, wir sind ja überhaupt nicht bereit, uns zu bewegen. Aber angesichts dieser Situation, was auf dem Spiel steht, sollte man sich... Ja, natürlich, das sage ich ja, genau. Aber es wird ja nicht mal diskutiert. Es wird ja... Ja, wir sind ja auch nicht blind. Man sieht ja, wenn Sie selber nach Italien fahren, dann denke ich, die Bundesregierung das auch noch bekommen, was Sie gerade haben. Ja, dann müsste Sie mal was sagen. Ich habe noch niemanden von der Bundesregierung gehört, der mal darüber redet. Das gibt es nicht. Die sitzen unter der Käseglocke. Ich sage es Ihnen. Ich kenne viele dieser Leute und das ist leider so. Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Es wird eben... Hollande ist nicht der Typ, der da bereit ist, aufzustehen und dagegen zu halten. Offensichtlich würde ich mal sagen. Obwohl, ich weiß, dass viele seiner Berater ihm das jeden Tag sagen, ungefähr. Man sagt es ihm ungefähr jeden Tag, dass er was da tun muss, aber er traut sich nicht. Na gut. Herr Renzi ist genau das Gleiche, kann ich Ihnen auch sagen. Das ist genau das Gleiche. Der traut sich auch nicht. Irgendwann werden welche kommen, die sich trauen. Das ist der einfache Punkt. Wenn die sich nicht trauen, Herr Hollande wird mit Sicherheit abgewählt. Und dann wollen wir mal schauen. Wenn es Herr Sarkozy wird, wird er auch mutiger sein, als es das letzte Mal war, weil er begreifen wird, dass es anders nicht geht. Also das ändert sich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Sozialdemokraten sind generell nicht so die Stärksten in solchen Sachen. Ja, es ist ein Problem. Es ist ein strukturelles Problem der Sozialdemokratie. Sie begreifen nicht, dass sie eine andere Wirtschaftspolitik machen müssen und deswegen machen sie immer den Mainstream mit, aber damit verlieren sie ihre politische Rolle. Sozialdemokraten, die Mainstream-Wirtschaftspolitik machen, braucht man eigentlich für nichts. So, dann kommen wir aber langsam zu Ende, oder? Wie sieht es aus? Eine Frage der Kollegin noch da oben, dann hören wir auf. Er hat aber schon drei, er darf nur einmal. Würden Sie denn Maßnahmen wie die Straftatung in Deutschland beziehungsweise etwas wie die Finanztransaktionssteuer etwas entgegenwirken? Ja, die Finanztransaktionssteuer ändert an diesem Problem gar nichts. Die hat mit diesem Problem nichts zu tun. Das ist ein anderes Problem. Nein, was man machen müsste, man müsste diese sogenannte, ich habe das ja gezeigt, diese Macro Economic Imbalance Procedure, die dahinter steht hier, da gibt es, es gibt ein Verfahren, was jetzt zu Strafzahlungen für Deutschland führen sollte. Nur, es ist nicht zu sehen, dass es passiert, wie gesagt, weil Deutschland sich auch strikt weigert, irgendetwas anzunehmen. Ich habe diese Frage, dieses Bild einem CDU-Bundestagsabgeordneten gezeigt und habe ihn gefragt, ja, was passiert denn dann, wenn jetzt die Kommission kommt, wenn 8,5 da oben stehen, also Deutschland da nochmal drüber schießt und sagt, hier, so geht es nicht weiter, ihr müsst jetzt eure Politik ändern oder Einfluss auf die Löhne nehmen, was auch immer. Und was hat der CDU-Bundestagsabgeordnete gesagt? Ich habe gesagt, wenn die Kommission da was von euch fordert, was macht ihr dann? Hat er gesagt, nichts. Alle müssen sich an die Regeln halten, klar. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.